Ich musste zu dem Zahnarzt und dann kam ich und sagte, ich habe noch eine gute und schlechte Nachricht für euch. Ich wollte zuerst hören. Dann sagte er, ja, das erste ist die schlechte. Dann sagte er, ja, ich muss noch alle Zähne ziehen. Dann sagte er, boah, boah, zunderschön. Was ist denn die gute? Dann sagte er, ihr hättet mein Freund am Empfang gesehen. Ich habe seit drei Wochen schlief mit ihm.